Einfach unwiderstehlich. Lassen Sie sich für noch mehr Spaß beim digitalen Lesen ganz persönlich von Ihrem Tolino e-Reader begrüßen. Mit dem Customized Sleep Screen. Den Sleep Screen Ihres Tolino e-Readers können Sie schnell und einfach durch ein persönliches Bild austauschen. Zum Beispiel durch ein Spruchbild, das Ihre Liebe zum Lesen ausdrückt, durch ein Foto, das Sie an Ihren letzten Urlaub erinnert oder durch das Cover Ihres zuletzt gelesenen Buches. Öffnen Sie dazu im Menü Ihres e-Readers einfach Einstellungen und tippen Sie auf Weitere Einstellungen. Wenn Sie ein persönliches Bild oder Foto als Sleep Screen verwenden möchten, wählen Sie Bild aus Ordner. Im nächsten Schritt werden Ihnen alle Bilder angezeigt, die sich im DCIM-Ordner Ihres e-Readers befinden. Sie können dem DCIM-Ordner jederzeit neue Bilder hinzufügen. Verbinden Sie Ihren e-Reader dazu einfach über das USB-Kabel mit Ihrem Laptop und ziehen Sie die Bilder in den Ordner. Übrigens, damit Ihre persönlichen Bilder in hoher Qualität auf dem Tolino Sleep Screen angezeigt werden, sollten Sie im PNG-Format sein und eine Auflösung von 1264 x 1680 haben. Dann einfach auf das Bild tippen, das Sie als Sleep Screen verwenden möchten und schon haben Sie Ihr persönliches Bild als Sleep Screen eingestellt. Neben persönlichen Bildern können Sie sich auf dem Sleep Screen Ihres Tolinos auch das Cover Ihres zuletzt gelesenen Buches anzeigen lassen. Einfach zuletzt gelesenes Buch auswählen und Ihr Tolino e-Reader zeigt Ihnen, auch wenn er mal schläft, welches Buch Sie gerade lesen. Richten Sie Ihren ganz persönlichen Tolino Sleep Screen ein und fühlen Sie sich in Ihrem Zuhause fürs digitale Lesen noch wohler.